Gut. Okay, okay. Wir haben es gleich. Konzentration. Bitte konzentrieren Sie sich zuerst. Jetzt konzentriere ich mich. Wir konzentrieren uns beide. Wir haben jetzt eine Verbindung. Was hat dir gefallen? Das ist die Hauptfrage, die wir uns stellen werden, wenn ihr bei meinem Workshop über Physical Theater, Physical Comedy mitmachen werdet. Egal, ob das schon mal performt hast oder nicht. Du kannst einfach kommen, ausprobieren und dann machen wir das, was uns gefällt. Das, was dir gefällt. Oder vielleicht noch gar nicht wusstest, dass es dir gefällt. Was uns gefällt. Was niemandem gefällt. Egal. Keine Vorkenntnisse erwünscht. Also schon auch. Also auch Profis gerne. Und macht Spaß. Wir schauen, was uns Spaß macht. Das ist eigentlich das Wichtigste vom ganzen Workshop. Man kann irgendwas machen. Aber wie man irgendwas macht, da helfe ich ein so mit. Und so finden wir ganz lustige und witzige Sachen, an die wir vorher überhaupt nicht gedacht haben.